Musik 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 Ne, da kommen wir nicht weiter Das wissen wir ja Da sind wir auch fertig, da ist ja der da drin, der was gemacht hat Also müssen wir den Wenn wir jetzt nach Links fahren Den zweiten links Wir fahren aber nicht an links Wir machen das da und das weiß ich nie was es bedeutet Ich weiß nie wo ich da rauskomme Ich komme da einfach nur Ne, da raus Und da nochmal die erste nach rechts Deswegen ganz früh Musik Musik Aber das ist ja genau da Vielleicht kann man irgendwo dran touchen oder so Das sah irgendwie anders aus Musik 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 Nein, ändert sich nichts Musik 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 Oder wohin meinst du Ich habe keinen Wurs an. Ich habe keinen Wurs an. Ich habe keinen Wurs an. Aber in dem... Warum nicht? Will ich ja. Aha. Aha. So. Erst rausholen. Dann reinmachen. Schieben können wir das Ding aber nicht. Dann einen Rosanen, wie du sagst. Der ist für mich völlig durchsichtig. Aber egal. Der macht... nichts. Der tut nichts. Doch, der tut was. Okay. Dann fahren wir da wieder hin. Der Hinweis war bei eher sehr, sehr, sehr... Ja, ist klar. Er macht's sogar. Er macht's sogar. Da ist mir mal gespannt, was passiert, wenn wir den jetzt da hinbauen. Ja. Ich will doch gar nicht in die Richtung. Was ist denn das jetzt? So, wenn er mir jetzt aber einfach nur nochmal... Das ist neu geschafft. Im Leben nicht. So, ich denke mal, ich schnapp mir den. Gehen wir da hoch. Ich will aber jetzt nicht nochmal zurück. Er macht nix, oder? Ja, darf ich jetzt wieder? Gut. Würde ich das gerne sehen. Wieso kann ich da nicht hin? Achso, ja. Dafür brauche ich ja den. Und wie soll ich den da hochbringen? Ja, wieso? Ich glaube, wir haben es so gut wie geschafft. Es ist nicht schön, aber wir haben... Könnte ich den bitte da hinschieben? Was mache ich denn mit dem? Ich kann mit dem Ding nichts machen. Was ist jetzt? Da ist nur eine Kiste noch, ja. Dann habe ich es geschafft. Der Rest ist mir egal. Was ist denn mit dir jetzt? Hey! Du kannst deine Taboos schlafen! Oh, das ist geil. Ja, das ist egal. Wisst ihr mal? Aber langsam und sicher übernehmen wir die Kontrolle. Oh Gott, war das furchtbar. Wenn jetzt der Tempel weitergeht. Wenn jetzt der Tempel weitergeht. Ich halte es, Christian. Das ist doch der Kleine von am Anfang. Das ist doch der Kleine von am Anfang gewesen. Yuna! Ist okay. Und zieht dieses bescheuerte Kleid aus. Es steht ja echt gut, aber das, wofür es steht, ist, äh, aua, aua. Das Kleid ist wirklich toll, aber, ja. Warte! Nicht raus! Warum nicht? Da ist der letzte von ihnen. Du bist im Leben nicht. Ich erwarte, es wird ein fairer Trial sein. Hehe. Natürlich wird es. So. Das ist Revenger jetzt, ne? Das haben wir doch gesagt, ne? Du wolltest der sein. Richtig? Ich habe mir das gemerkt. Nein, nicht groß. Komm, jetzt ist es bis jetzt bitte. Da. Passt genau. Genau. Einverstanden? Gut. Bitte. Oh. Also, nie wieder. Gut. Was geht jetzt los? Revenger, mach mir bitte nicht schon wieder aus. Du bist auf der Trial. Belieb in Yevon. Und sprich nur die Wahrheit. Maester Kelk Ronsal. Maester Kelk Ronsal. Und in ihrem Insurreaktion. Dies sind traitige und unvergibende crimes, die die Orderen von Yevon verblenden. Ich glaube, dass wir uns mal sprechen, kann alles gut. Habt ihr nicht gehört? Nicht nur so... Meister Seymour ist bereits tot. Es ist ein Wettbewerb der Wettbewerb, um die Säge zu senden. Yuna war nur die Arbeit als Wettbewerb. Grand Meister Micah, bitte send Seymour jetzt! Oh oh. Send the unsend to where they belong? Yes. Oh oh. Das heißt, wir verlieren jetzt gleich. Du musst mich auch senden. Was? Grand Meister Micah ist ein wieser Lieder. Auch in der Tod ist er nicht wertvoll für Spira. Ne? Die Erleichterung des Todes ist vor allem an den missgerichteten Verlusten des Lebens. Alter, was für eine korruptisch saubernde... ...und die Todes, die folgen ist, ist eterlich. Menschen sterben. Sie 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 sterben. Wie meinem Vater vor mir. Ich bin auf eine Pilrikierung, um das Erwartung zuhause, wo meine Schicht Campaign ist weiter. Die Übersetzung ist so schlecht, dass ich mir lieber die englische Original anhebe. Die Summoner geben ihre Lüge, der Schmerz kann nicht wirklich verletzt werden. Die Rückwirkung kann nicht stoppen werden. Doch das Wettbewerb von denen, die kämpfen, gibt den Menschen Hoffnung. In der Leben und der Tod einer Summoner gibt es nichts. Kein Feuchtung, aber kein Endeffekt. Hm. Das ist wirklich die Essenz des Lebens. Lord Micah! Die Lebens ist entgegenziert durch die Eterne, unveränderliche Kontinuita, Summoner. Nein. Das kann nicht richtig sein. Die, die diese Wahrheiten questionen, sind traurig. Nein. Lord Micah! Okay. Das ist ekelhaft. Ich wollte gerade sagen, was denn passt du da eh durch? Nein. Ich hoffe, Yuna ist okay. Hm. Sie ist stark. Sie wird es machen. Sie wird es machen. Sie wird es machen? Was? So kann sie sterben? Wissen! Was ist denn alles in Spira, wir können sich Endeffekt auch um Menschen, die Menschen, die sterben? Das ist eine, die der bloß PTSD in Spira. Das ist das eine, die der B knallenden Spira, die Tostakten vorbezübte. Das ist eine Runde, die der gebeten wird, das Glück und sterben. Even the Maesters of Yevon are unsent. Spira is full of death. Only sin is reborn and then only to bring more death. Das ist alles so doof. Sehr morbide. Die Scheiße. I'm out. Your sentence has been decided. Sentence? Don't you mean execution? Really now? What person would execute a dear friend? You would. So. Ich habe keine Heilung mehr. Looks like you're next. Mhm. Next for what? Mhm. Get going. Where's everybody else? I'm floating down there somewhere maybe. Mhm. Ooh! You made it! What's our sentence? I think they expect us to give up and die down here. Ugh. Well that's a lame way to kill someone. Mhm. Where's Yuni? I don't know. Yuni? I wonder if we should wait for her. Hmm. Let's wait at the exit. If there is an exit. If there is an exit. Uh-huh. Uh-huh. Naja, good. How fair is the Ranzo Maester? It seems my father's murder troubles him. Hm-hmm. 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 Ever the Ranzo. Hard-headed. Hardly useful. However... The summoner Yuni, daughter to High Summoner Braska. Alles gut. Dann müssen wir das wieder zum ersten Mal machen. Es gibt immer eine kleine Chance, dass sie es könnten. Gute die Gäste an der Exit und töte alle, die erinnern. Herr, lass das mir an. Erst dein Vater, jetzt dein Bruder. Lass mich das machen, weil sie meine Bruder ist. E ist der Eglis. Ich werde auch gehen. Du glaubst mir nicht? Du glaubst einen Mann, der seine Vater hat? Sehr gut.